Hör auf! Hör auf! Breakdown! Der schmalig ist was. Ja, der Breitenkopf. Das Schlagzeug ist fertig. Und ähm... Ich bin im Fernsehen! Ist das Ding an? Fernsehen! Axel, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich muss einen Liebesbrief Alex schreiben. Alex ist der nette Herr im Studio. Du musst schreiben, wie du mixt, so ich mixt. Hahahaha Wenn du an deinen Reglern schiebst, denke ich daran, wie du mir gibst. Während du Soundkurven wiegst, wünsch ich mir, dass du auf mir liegst. Hahahaha Hallo. Ach ja, ich hab da einen Aufladen. Shhhh! Die anderen schlafen nach. Hiesel! 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 Der ist verdammt doch mal Kinder erzählen. Was macht denn das für einen Sinn? Ich bin hässlich und nett. Hahahaha Nationalität spielt keine Rolle. Darüber, wie jemand ist. Ob jemand cool ist. Ob er mit besserem Gabel ist. Hahahaha Servus, bestimmt ist euch schon meine optische Neuheit aufgefallen. Das könnt auch ihr euch jetzt mal nach Hause holen, so eine Rassur ist nämlich überhaupt nicht schwer. Ist noch Luft nach oben, ne? Mach mal los, mach mal los. Das Leben ist zu kurz, um nicht ständig wütend zu sein. Die glückliche Band. Schon alle von der Zeit, muss ich's mal. Das ist natürlich eine super Sache, wenn man dann auch mal, ich drück's mal so aus, mit der ersten Rockband aus Kenia, die jemals in Europa auftritt, die Bühne teilen kann. Das ist eine super Geschichte. Wir haben jetzt grad schon mit den Jungs geredet, ausgetauscht. Merkt man auch gleich, also humortechnisch ist man da auf einem Nenner. Habe ich das richtig gesehen, dass ihr gerade eine Pyramide gebaut habt? Ja! Am nächsten Tag soll ich einen Touch mal halten. Auf geht's. Ihr müsst gefordert werden. Nein. Ja! Ich bin auch glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020